Aber da habe ich jetzt keine Lust drauf, du. Na du, na du. Giga-Gumba-Galaxie. Ich mag die Giga-Gumba-Galaxie. Ja, das ist ja auch awesome. Da ist alte Musik drin. Oh, alte Musik. Und große Gumbas. Ja, das ist voll toll. Und große Wigglers. Das ist alles voll groß. Und große Plattmachsteinchen. Ja, Plattmachsteinchen. Und Luigi. Oh, jetzt, der ist aber neu. Nobody likes Luigi. No, das wird bestimmt klar, die Luigi mögen. Nobody likes Luigi. Don't say that. No one loves Luigi. Don't say that. Not even his brother. No. Vielleicht doch, vielleicht ist sie schwul. Ja. Du bist ziemlich edel. Tu so. Lacht er, ist mal böse. Hehehe. Hehehe. Das war knapp. Da schießt du noch ein Sternteil. Aus Versehen. Tu beleid. Vor lauter Anstrengung. Das ist mir entglitten. No. Wie ein Pups. Was? Ja. Du guckst Sternteile? Ja. Gnommen. Wie kann ich den festhalten? Kann man eigentlich? Halt den fest. Du solltest nicht den mittleren zuerst machen. Ich sollte allgemein erst... Oh, das war er auf einmal gemacht. Was solltest du gerade sagen? Ich weiß nicht. Du solltest allgemein nicht... Ich sollte allgemein nicht den vorderen machen, weil die ja dann nachhüpfen. Das wollte ich sagen, glaube ich. Kupa und so. Ja, egal. Was auch immer. Ich will dein Leben holen. Das ist voll so nulz. Oh. Wobei ich den Sprung so gerne mache. Und wenn ich den Sprung so gerne mache? Ja, das hat nicht geklappt. Das kannst du dann sammeln. Sammel, sammel, sammel. Ich will noch den hier. Ich schreit knapp. Ja, ein bisschen. Geh da weg. Wenn du die Pflanze mal andotzt, geht die nicht weg. Die dumme Pflanze. Die war mir im Weg. Danke. Schön. Was ist denn da in dem... Oh, Mann. Ich stehe Teile. Okay. Dir auch. Ganz viele Sternteile. Ganz viele Sterne. Ich will das Leben sammeln. Oh, Mann. Ich sammle, du. Kann nicht. Das war zum Bett weg. Kannst du die aufhalten? Ja. Okay. Aber warum sollte ich? Vielleicht doch. Mach es doch nur wieder falsch. Weiß ich nicht. Achso, ich muss doch rüber. Der wäre ja auch ein Übergang gewesen. Okay. Ich möchte aber durch runterhüpfen. Sicher? Ja. Hm. Jetzt? Ich habe keinen blassen Schimmel. Da ist ein Stern. Ich habe keinen blassen... Gunst. Ach, da. Okay. Und alle ab. Da oben war eine Röhre. Oh. Da gab es bestimmt was. Nein. No. Was du die jetzt gesehen hast. Ich hätte die jetzt nicht gesehen. Das war was Grünes. Das kann doch eine Röhre gewesen sein. Oder es war ein Wickler-Dingsi. Ein Wickler-Dünnchen. Stängel. Nein. Nein? Okay. Das sah schon sehr röhrig aus. Das sah sehr röhrig aus. Auf jeden Fall ist die noch nicht komplett. Da kommt aber auch noch ein Komet. Äh. Klappstadt-Galaxie. Nein. Das da. Honig-Hüpfer-Galaxie. Das da. Oder die... Das da. Biskuit-Boden-Galaxie. Ja. Mit der Leuchte in die Hände drin. Ja. 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 Ich wette, du siehst gar nicht viel vom Boden, weil alles dunkel ist. Ist mir egal. Die Wärme frucht. Leuchtet den Weg. Ist mir Wayne. Mir aber nicht. Biskuit-Boden. Na, guck mal da noch. Kekse, Kekse, Kekse. Oh, der sieht ja lecker aus. Jetzt habe ich Bock auf Kekse. Oh, der sah voll gut aus. Der eine, der war so rosa in der Mitte. Muss man den doch. Der ist ein Stern. Wo sind keine Kekse mehr? Ist hier nichts mehr? Das war mehr als mutig, aber okay. Oh, wie lecker hat das hier alles aus. Ja, es sieht lecker aus. Könntest du den mal? Na ja, es... Ach so. Ich kann den nicht essen. Der knutscht mich dann. Ich war zu abgelenkt gerade. Ja, ich merke schon. Nicht gut. Du hör auf, abgelenkt zu sein. Okay. Na, jetzt kommst du her. Die Pups, wenn man da draufsteht. Ich weiß nicht, wo der Komet ist. Äh, die Kometen-Dingsen. Kometen-Dingsen? Kometen-Dingsen. Und zu den Sternen. Kometen. Kometen-Medaille. Münze. Ah, okay. Musst du mich gerade konzentrieren. Tut mir leid. Oh, guck mal, wie lecker das alles aussieht. Ja, es ist lecker. Ist ja gut. Ich hab's verstanden. Ich hab's nicht klar. Heißt nicht umsonst, Biskuitbrunen. Wir müssen gleich essen machen. Ach so. Ah, jetzt bist du wieder draufgedabbt. Gedabbt? Ja, gedabbt. Ich bin gedabbt. Ja. Pass auf, das geht weg. Ich weiß. Ich muss dich nur nochmal dran erinnern. Falls ich es doch nicht weiß. Du bist gedabbt. Ja. Das ist doch ein Wort. Ja. Vielleicht in deiner Welt. Ja. In meiner Welt. In deiner Welt ist das ein Wort. Ja. So. Gedab schusselt. Gedab schusselt? Ja. Uh. Ich seh nix. Oh, ja. Pff. Oh. Kann ich die nicht töten? Oh, ganz viel Kuchen. Nomnom. Ja. Oh, wie ist denn da ein Feuer? Was ist denn? Ist das die Kerze? Das ist schon der Stern. Ja. Sammle ihn halt. Ich hab gar nicht die Kometenmedaille gefunden. Münze. Immer noch. Scheiß drauf. Aber da war Kuchen, der war nom. Hauptsache Kuchen. Ja. Du weißt gar nicht, ob der nom ist. Aber der sah nom aus. Dann schmeckt der ja nach Baum. Weißt du ja nicht. Vielleicht schmeckt Baum ja gut. Hast du schon mal Baum gegessen? Ja. Vielleicht. Oh, Komet. Jetzt schon? Oh Mann. Vielleicht hab ich schon mal Baum gegessen. Man weiß es. Glaub ich kaum. Man weiß es nicht. Glaub ich kaum. Da ist bestimmt doch noch ein Geheimer drin. Voll schlecht abgeschlossen. Ist mir jetzt aber egal. Klappstatt oder Honighüpfer? Ist mir egal. Ich will jetzt Kuchen. Nein. Aber, aber. Kuchen steht in der Küche, by the way. Aber, aber der sieht nicht so nomsy aus wie der. Das sagt sie zu ihrem selbst gebackenen Kuchen. Oh, guck mal. Da kommt noch was Prüfiges auf uns zu. Hast du es schon gesehen? Oh. Was ist das denn? Was ist denn das? Dreh dich mal rum. T-Gil-T-Gil-T-Gil-T-Gil-T eigenlijk. T-Gil-Tag-Gil-Tag-Gil-Tag-Gil-Tag-Gil-Tag-Gil. deckser. Mmh, na. T-Gil-Tag-Gil-Tag-Gil-Tag-Gil. Wo ist er denn? ανα aparecer. Das klingt nicht aus. OIS! OIS! Das hast du's umgebracht. Richtig! Völlig zu Recht! Aber, aber, es hat so, 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 und, 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 da ist die Münze. Gut. Ja, wie ist der da hochgekommen? Ja, halt geflogen wahrscheinlich. Wieso hat er mich nicht mitgenommen? Das sind ja so Pfeile. Ah, der ist wieder eins tot. Die Lou ist gerade so auf Kuchen. Kuchen? So. So, dann stellen wir das auch. Ist er tot? Ja, gut. Ja. Schön gestorben. Oh, oh. Kann ich hier lang? Ja, das war sogar der richtige Weg. Das war mutig, aber... Ein Häuschen. Oh, da ist denn... Nee. What the fuck? Achso, was machst du? Ich dachte, der wäre tiefer. Nee, der ist hier hochgerollt. Gibt da noch einer? Ja. So. Der Schatten davon, wer sich weiß. Warte, 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 warte. Feste Kudel. So. Oh, schnell weg hier. Oh Gott, schnell weg hier. Oh Gott, schnell weg hier. Pank. Ach so, deswegen. Kann man die Farm? Weiß nicht. Wie immer wieder welche? Ja. Awesome. Wie kann man sich 5 Stunden lang hinstellen und die Digga-Farm? Toll, das ist super spannend. Ja, jetzt nicht im LP, aber... Auch so wäre das super spannend. Scheiß drauf, ob das spannend ist. So können wir den Toad dazu zwingen, dass der sich mal verwandelt. Aber... So. Küste, Münze. Ja, uninteressant. Ich bin auf der falschen Seite. Küste, Münze, No. Da muss ich hin. Oh mein, ich drehe heute durch. Ja. Ich drehe am Rad. Dreh. 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 Dupdi-du. Einmal richtig rum, bitte. Da sind Stacheln. Guck mal Stacheln. Guck mal Stacheln. Guck mal Stacheln. Jetzt muss ich auch wieder so drehen. Ich hab mir weh getan. Du hast dir weh getan an den Stacheln? Ja. Das war nicht so gut. Du musst dich gleich drehen. Ja. What the fuck? Ähm. Ja. Da stimmt Pfeile. Der hat gesagt runter. Ja. Nein. Okay. Ja. Gibt's legit? Fand ich schon. Nee? Ich fand das schon sehr legit. Ich will sowas als Haustier. Dass die ganze Zeit rum quatschelt? Ja. So lame. Aber es ist Knopfel. Was? Da hinten kommt's übrigens zum Groß, glaub ich. Ja? Da. Ich weiß nicht, ob das so Knopfel ist wie das andere. Bestimmt nicht. Das mit dem Flausch am Hintern. Ich glaube nicht. Spring doch jetzt. Ja. Genau. Spring doch jetzt. Und jetzt drehen. Genau. Ja. Ja. Weiß ich doch. Ja. Hast du gut gemacht. War doch nie anders geplant? Ja. Nö. Never. Hier auch einer? Tisch. Nö. Hä? Komm du Wobbelding. Oh. Das war nix. Das ist doch einer. Ja. Jetzt lass den Leben. Jetzt lass den Leben. Ja. Yay. Checkpoint. Hallo. Wie viele haben wir denn? Sechs? Ich glaub schon. Nee doch nicht. Hatten wir das letzte Mal. Aber dann bist du ja gestorben. Wieso hast du den jetzt nicht mitgenommen? Weil? Ich will nicht dran vorbeigekommen sind. Stimmt. Ja. Okay. Dann nehmen wir uns einen mit. Weil da ist es in groß. Das ist glaube ich nicht das gleiche Vieh. Weil es ist bisschen hässlicher. Oh. Ich schläft. So. Checkpoint. Nee. Schön auf den Kopf springen. Oh. Das arme. Ich war auch böse. Oh. Das ist die Mami. Oh. Ach du. Du so. Äh. Du musst da von unten und so. Passt du. Das hat keinem was getan. Weil es das liegt da und schläft. Hehehe. 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 Tch. Ich hab voll den Knutsch im Mund. Oh. Wobbel. 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 Wobb. 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 Das hat Lava aus dem Ding gemacht. Ja, gut. So. Check dies. Ja, sie pupst. Das Pupsgeräusch. So, nun. Komm her. Komm her. Oh, sie ist sogar nicht mehr dumm. Du, die, du. Komm schon. Das klappt so nicht. Da. Sie wird jetzt wieder angepupst. Ja, ekelhaft. Wo läuft sie hin? Da ist doch schon. Komm her. Komm her. Komm her. Oh mein. Ach, jetzt. Du mal auf damit. Ah. Du kannst die Wobbles auffalten. Ja, aber das. Komm her zurück. Ah. Du nervig. Irgendwie klappt das nicht. Aua. 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 Oh mein. Yes. Ah. Das wäre jetzt aber ein Akt. Du musst ein bisschen verarschen. Hui, ich hätte ein Krönchen an. Ja. Gehe ich jetzt erst. Ja, gehe ich jetzt erst. Ist in der Stern geplatzt. Ja. Einfach so. Einfach so. Ach. Ja, sammeln den doch. Dann. 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 Der Boss ist doof und der auf Zeit. Sie ist schon komm. Es wird nicht lustig. Auf Zeit oder mit One Hit. Aber mit One Hit können zwei gehen. Ja. Wenn du dich nicht so doof einstellst. Ja, was soll das denn mit der heißen? Oh, eine Kettenhundgalaxie. Ja. Und eine Planschi-Galaxie. Juhu. Ja, wieder ein Brief. Für Luma. Ja. Wieder 50 Sternteile. Wenn du dich manchmal einsam fühlst, sei dir sicher, dass wir auf dich warten. Grüße Mario von mir an bei ein Geschenk, um euch die gefährliche Mission zu erleichtern. Möge die Kraft der Sternteile mit euch sein. 50 Sternteile. Nein. Ja. Toll. Ich kann mal sagen, wenn du es über 100 schickst. Ich schreibe bestimmt den Absender nicht drauf, weil sie Angst hat. Wir drücken ihr das Porto nochmal aufs Auge. Oh mein. Oh mein.